hallo willkommen zu schlusscheidert aus ziemlich kurz wieder eingeschaltet habe ich bin ganz ernsthaft durch kervor euch gehen wir erst mal hier rein denn hier wollen wir onkel kennedy treffen red race diesmal film so red race mit dem typ von mr b steht alles in den akten onkel so und gern sind die fb spitze äh welche preise aber was wer sagt das denn jetzt der wissen wie heißt er der wir oder der kennig das wird schwierig jetzt weil er mich hier wurde mich trotzdem sorry da bist du nicht allein mein junge weil ich mich für dich eingesetzt ab denkt wir sind jetzt dass ich so schuldig wird wie du als ob ich ein spitzel wäre ein englischer freund von mir hatte ein gutes wort wie leute für ihn das wort war wichser das ist nicht die zeit für faule spekulation ist die zeit für eine aufnahme meines mürrischen gesichtes bevor ich den darken rette er trifft schuld mit den anführern der tongs das ist der perfekte zeitpunkt ihm die aktien zu geben oh sorry ich weiß nie wer wann was spricht die können das auch mal farblich markieren das ist immer so schwer zu erklären wann ja ja jetzt habe ich sowieso den ganzen dialog schon versaut sorry ja es gibt viele erneuerungen jetzt sitze ich an einem neuen pc und spiele das hier ganze da ich spiele das hier ganze ach ich darf schießen schön schön das sieht nach spaß aus ich mache einfach instant shots hier ja ich sitze an meinem pc und das heißt das ganze rauschen ja nicht übersteuern wenn ich am reden bin ist jetzt auch weg das folgt uns natürlich alle ungemein ich habe den verdacht dass meine videos dadurch asynchron werden können das weiß ich aber noch nicht ich würde euch echt bitten mal darauf zu achten ob das synchron ist also im vergleich jetzt zu dem was ich sage im vergleich zum video weil ich habe den verdacht dass was ich sage könnte schon mal früher kommen als es eigentlich im video ist also würde ich euch echt mal darum bitten einfach mal auge drauf zu halten mich dazu informieren irgendwelche alternativen ausdenken kann naja wie auch immer jetzt ich meine stimme jedenfalls besser an der trauschen an der psp dieses komische soundbugs sie sind immer noch nicht weg ich glaube die gehen auch nicht das liegt sowieso nicht am pc hat liegt einfach am programm es ist einfach nicht perfekt so und ich habe schon sehr viel schaden an mir genommen also ich versuche schon so gut zu sein aber es ist sehr sehr schwierig einfach das hier zu machen ich hoffe mal das war es jetzt gleich aber es scheint auch ziemlich ziemlich viel zu kommen was natürlich wiederum sehr schade ist dieses auto ist im arsch spring ok das war unser auto nächstes du fährst ich kann mit der schaltung gehen ok jetzt werden die rollen getauscht fahrt zu kenny fahrt zu hülse ins wohnung ach du scheiße ok wir dürfen nicht ins fadenkreuz weil da schießt der helikopter auf uns ok es hilft mich schon wie der fassermache katt doppelt da ist einer fährt der andere kümmert sich um die gegner und ich lasse mich natürlich vom allerfeinsten immer von diesem helikopter erwischen jedes mal der schafft das jedes mal mich zu erwischen ok jetzt muss ich um alle fähren das mal sagen einmal ausgewichen danach jedoch wieder ne also damit schießen war viel mir definitiv einfach ja wir brennen kenny ist tot neustart so auch das ist eine scheiß mission also eine scheiß schwere mission ähm muss ich jetzt den ganzen direkt nochmal von vorne so das erste ging ja noch aber zweite naja oh nö komm lass mich das halte select danke ich darf es überspringen so das zweite ist ja noch eine ganze stufe härter wie ich finde aber die musik passt und die habe ich nicht mal selber ausgesucht schön so es ist aber sehr schwer diesen helikopter auszuweichen wie ich auf dieser finde er schafft es irgendwie immer wieder so und da hat er mich schon wieder und ok ausgewichen hier äh ok da zeigt die karte auch eine scheiße an einfach geradeaus jetzt hat er mich wieder und ach das weiß ich nicht ob da ein treffer war naja ach das sind wir ja schon oder was das war ja einfach diesmal das auto dampft ja gerade mal nur so so jetzt geht es natürlich ganz schön ertracht hier äh der FIB berechtigt echte sind es gibt keinen zweifel ich weiß es ist hart das schwarz auf weiß zu sehen zu und schon die denen ich vertraue mein eigener sohn es tut mir leid solche nachricht zu überbringen doch es gibt immer auch andere blödsinn ich habe sie gelehrt skrupellos zu sein niemals nachzugeben doch nun wurde ihre abtönlichkeit entlarvt ehre verlangt ich kenne mein eigener schwur an die jungs die verräter müssen sterben egal wer sie sind herrschaft ist einfach giftner geld ich übergebe an dich wu kenny li hüssen du wirst mein nachfolger ich trete hiermit zurück dies ist ein verdammtes durcheinander viel vergnügen ich reise nach makau und schlafe mit leichten mädchen jaja so sieht es aus das war ja echt eine tragödie ja erstmal wird aufgespeichert also sieht wohl so aus das müssen wir uns ach jetzt müssen wir erstmal zu suu hin anschein warte erst habe ich noch eine mail e mail ok ist mir egal erstmal die kiste wenn da schon mal eine limonise rum limonise limousine mensch limousine ja ich kann es gar nicht mehr falsch aussprechen das versuche so moment den weg zu suu hin war natürlich einfach wieso kriege ich jetzt irgendwelche spam mails hier jaja bla ich habe die irre wieder es wird kein zweifel mehr an deiner jule loyalität geben verdammt ok schön interessiert mich aber gar nicht ich will eigentlich eher wissen ähm wie ich dann zu so komme also er gehört ja auch zu den verrätern was ich gerade sehr unsympathisch von ihm finde ist gar nicht mal so weit von hier entfernt ich bin mal gespannt auch noch eine mail leckt mich dort wollt ihr denn alle ja uhr ist es so wie ich gedacht habe der verräter jan will aus dem rattenloch fliegen die stadt verlassen das darf nicht passieren ok ok dann muss ich wohl erst dahin zu chat ich glaube das ist wohl dringender wobei ich gerade ein süß nähe war es ist schade was ist das für die musik warte ich muss erst einen guten musiksender finden so und hier lang auch geil ich fahre eine limousine ich bin echt toll äh was hält sich mal ein paar verkehrsregeln die perverse ich glaube jetzt bin ich ja jetzt bin ich ein geisterfahrer das wäre ich natürlich nicht so gut ich hätte früher abbiegen sollen ja ja das habe ich mir schon immer mal gewünscht verkehrt rumzufahren aber ich komme eigentlich auch ganz gut durch wer am mittig fährt macht das gar keine größeren Probleme mal sehen wenn ihr jetzt kugelsichere Weste und ich hätte die kurve eigentlich machen sollen aber ich habe hier eh noch eine die ist zwar leicht beschädigt aber ach das hält sich noch so also hier entlang so und hier rein wunderbar das ist doch schon viel besser sollten auch gleich da sein denke ich manchmal die Brücke die ist ja schon das meister hat den Weg klar hier ok liebe also die Stadt verlassen weglaufen alter was bist du für ein scheiß taxi dass du mir die ganze Zeit im Weg stehst so also gestalten mein besuch ab was warte da nehme ich mir doch glatt das auto für ich bin mal gespannt alter das ist hier eine ganze horde voller menschen was soll ich glaube dafür werde ich schon ein paar versuche brauchen so mit auto natürlich ein bisschen sicherer werde ich gerne ein paar waffen hätte mit der ich aus dem auto rausschließen kann denn die limousine scheint mir gleich auch noch über zu sein ja also nix hier raus hier so wäre natürlich geil wenn ich die kamera ein bisschen drehen könnte so ach hier steht direkt einer habe ich gar nicht gesehen guten tag ein bisschen gesundheit zu mir abgezogen wurde hier liegt der heilungs links so scheiße schnell wieder hinter uns so hier muss man ein bisschen folgt das ist schon ein bisschen vorsichtig vorgeht eigentlich der ist der ist tot ich glaube der ist tot ok da steht ein schild auf den habe ich jetzt ganz ziehen wollen aber egal und wir gehen echt die waffen aus scheiße war ich jetzt ohne waffen ich glaube ich hole mir das auto da doch ich muss erst entsperren ist ja klasse ja ja so viel zeit bleibt natürlich einer schießerei ja ja kommt kabel hin her so ich fürchte nur ein bisschen abfahrten mensch dass man da auch immer so ein riesen halb machen muss boah was ist das für ein hofen leute ok das waren meine waffen scheiß ich muss hier weg vor das ding in die luft geht weil wenn ich hier aussteige bin ich ruiniert ach du bist ein helfer ach den könnte ich auch gar nicht ja der wird jetzt wahrscheinlich tot geht durch den brand scheiße komm komm her ach kacke ey nächstes auto ein paar waffen wären natürlich auch ganz nett gewesen aber ich könnte echt keine ergattern geschweige denn irgendjemanden hier umbringen schade so ach hier liegt eine aber die kann ich mir gar nicht holen an diesem typen die schießen nämlich auf mich wow krass wisst ihr was ich glaub ich mach das doch ein bisschen so ein bisschen hiervon da steht einer wollte ich echt da verstecken oder was ich brauche mehr waffen ich hab nur elf schuss da steht einer wo ist er denn ach da dreck ich mach das ganze pack dort fertig ich weiß echt nicht wie eine echt harte mission natürlich ist sie auch interessant und macht schon ziemlich laune das hätte echt nicht sein müssen ja komm wo komme ich denn hier wieder die überfläche ja muss drückt an die docks ach so da hinten ich wollte jetzt echt nicht damit ins wasser fahren das war echt pech weh die mission scheitert jetzt deswegen wo ach komm greift mich im wasser an ja scheiße die ganze rüstung hier rüstung schild ja guck wie sich ihre wässer weggemacht ja wenn man ins wasser fällt hat man glaube ich verkackt jetzt heute mich hier wendelweich ich bin tot guck mal meine kraftanzeige kann man vergessen jetzt kommt er wieder ja schade drum weil ich war schon ziemlich weit gekommen aber ich muss mir merken nicht ins wasser fallen wenn man ins wasser fällt hat man verloren instant ja ja komm du mal hier liegen ja granaten und noch sowas wie soll ich und das habe ich eben nicht eingesammelt aber ich gehe trotzdem erstmal mit dem auto vor sicher ist sicher ich habe nur zwei leute die mir daher helfen nicht ins wasser fallen boah was für fette soundbugs oh gott das ding brennt nein hier hätte ich nicht lassen dürfen glaube ich ist hier irgendwo heilung äh hier oder heilung ist hier gut aber jetzt hätte ich endlich auch ganz schön lust auf so ein äh genau so was ist das wort nur gerade entfallen hier kugelsichere weste schön so du bist drauf und da steht noch einer der waffel geht das ja schon ein bisschen besser eigentlich so da steht noch einer nachschub schön äh wie komm ich nah an vorbei so rückzug 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 so und jetzt noch mal noch mal äh wenn ich hier mal die ach man ich habe echt probleme mit der kamera hier gerade man kann sie nicht drehen das ist ein richtiger äh richtiger äh richtiges hindernis hinderung wenn ihr wollt auf jeden fall ist es erschwert das alles natürlich noch einmal die gehen aber hier ab so zwei mehr drauf gehen lassen da steht einer so auf die seite auch gott jetzt echt wird explodiert die heilung achte ich spreche ich mir doch auf ich hab ganz weniger kraft ist verloren vielleicht könnte ich es echt noch mal später gebraucht so jetzt habe ich wenigstens ausreichend munition scheiße meine kraft ich habe ganz drauf geguckt ich bin ja beinahe tot so ein glück ich kann hatten hätte ich auch mal nutzen können naja bis jetzt noch gar nicht eingefallen aber jetzt glaube ich eben auch drei männer da los jetzt so und der letzte da also schon ist im lagerhaus lasst ihr nicht entkommen wo ist das lagerhaus hier ist das lagerhaus sagt bloß ist noch mehr los ach nein 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 dreck das sind miesen ratten scheiße ich bin tot oder ist hier heilung ok eine kugel sichere weste aber ich glaube die könnte ich trotzdem töten weil ein bisschen an kraft verliere ich trotzdem immer was das da drinnen geht noch mehr echt der schmeißen wir ja echt eine granate hier der schießt so das lief natürlich ziemlich scheiße vor allem wenn er durch die wand auf jemanden zielt auf den ich überhaupt gar nicht abgesehen habe hier durch die wand will er hinschießen anstatt die leute vor dem super chance wenn er wachen den ausgang so wo ist der rest wo ist die eine waffe anscheinend ausgegangen na komm geh drauf super der typ stimmt irgendwie gerade auch nicht so habe ich echt keine besseren waffen habe ich echt nicht so einer noch und verlässt das lagerhaus das war schwer oh shit ja du hast es ganz falsch verstanden ich bin nicht der verräter das musst du mir glauben bitte ich hole dir einen runter oh god du und so ihr werdet der FIB das Herr Spitzel genannt du widerlicher Transe Ficker nein warum soll ich das tun man ich wollte doch nur mein Vater beerben ach alles sollte mir gehören ok manchmal bin ich etwas zöre ich aber ich bin ein guter mensch ja ich helfe menschen ich mag Tiere und Blumen äh gestern habe ich ein paar Gymnasien ersten unter der Dusche gefilmt und es war wunderschön wir wurden reingelegt ich war es nicht ich war es nicht du beschissener Lügner Typen wie du sollten äh hier äh 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 du ober äh zicke so ach ne sag bloß haut ab jetzt muss ich ihn echt noch verfolgen ja Mensch los ich hätte auch direkt auf den schießen können anstatt noch zu reden aber gut ich muss hier ein bisschen dramatischer wirken der hat schon ungemeinen Vorsprung hier so ach das schaffe ich aber noch hier ich sehe ihn ich sehe ihn hier hole ich den mir jetzt ach der schießt ja auch noch auf mich vergiss es natürlich geil oh der arme Hautabstand natürlich geil wenn ich jetzt nicht so viel zu wenig Leben hätte und wenn mein Auto nicht schon fast ruiniert wäre oh nein was was hab ich denn gemacht ich bin ausgestiegen oooh oh